Töschel habe ich aber zu Augen. 14,5 Euro. Hallo, seid ihr so doof? Oh, sei da. Wie brauchen Sie 14? 85. Ich brauche 14 an deine Cousine. Hat er auch viel? Ja, gut. Ja, gut. Bitte schön. Schönen Tag noch. Ja, gleich was, oder? Danke. Geht ja noch hier drin, oder? Ja, zum Glück. Noch. Tschüss. 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 Ich kann es das zu nennen. Was denn? Ach so. Leute, das bringt nichts. Ich habe mich auch schon an. Mein Lieblingsfrühstück ist tatsächlich Mellemen. Wo in Bochum ist die Tankstelle? Remke. Ja, Spaß. Oh, is a joke. Hallo. 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 Komm mal. Eine Pause vom Essen. Ich möchte sie gucken. Was möchten sie? Frühstück vielleicht. Ich will dann einmal da drinnen. Ja, ja. Und 4,85 Euro. Danke. Danke. Was für die Damen. Immer 10 Euro, bitte. Tschüss. Tschö, tschö. Danke. Danke. Bitte, bitte. Schönen Tag noch. Ebenfalls. Danke. Bitte. Hallo. Dann machen wir heute mal den Euro-Check für 18,75 Euro. Euro-Jackpot für heute? Für heute. Viermal, ne? Mit den Zusatzspielen dazu? Nein, nein. 18,75 Euro. Okay, aber alle Reihen wollen sie haben. 18,75 macht das. Damit. Alles. Wichtig. Und noch einen schönen Tag hier. Wie bin ich das? Ja, genau. Ihnen auch. Tschüss. Wenn sie arbeitet, tanke ich zweimal am Tag. Was? Wenn sie arbeitet, tanke ich zweimal am Tag. Wenn sie arbeitet, tanke ich zweimal am Tag. Als wäre das eine Tante. Gleichfalls. Tschüss. Hallo. Einmal Euro-Lotto, die ersten sechs Spiele. Die ersten sechs? Mit Spiel 77? Für Freitag oder Dienstag? Für Freitag. Für Freitag. Das wär's? Und dann einmal Normal-Lotto. Auch die ersten sechs Spiele. Mit Spiel 77. Nur für Samstag? Ja. Was macht dann 25,45 bitte? Was macht dann 25,45? Ich schließe gar nicht. Ich schließe gar nicht. Ich schließe gar nicht. Ich schließe gar nicht. Danke schön. Ja, kein Problem. Einmal nachgucken. Auch nochmal neu spielen. Leider nichts drauf. So, das macht dann 43,60 bitte einmal. 400 Leute. Woher kommt ihr? Oh mein Gott, das Schleppfaden. Oh mein Gott. What the fuck? Tschüssi. Oh mein Gott. Warum sind so viele Leute drin? Weil du arbeitest. Für mich jemand als Model, Carsten. Schwarz. Dankeschön. Ich bin euch schockiert. Hi, 365 Leute, wie geht's euch? Dir fehlt ein Wochenende. Nee, ich hab keine Lust auf so einen Namen. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Ist so aufregend. Danke. Hi. Hallo. Ich bin 21. Du bist 21 Jahre alt. Nein, 21 Jahre alt. Einmal nachgucken. Und 13,60 Euro bitte. Nochmal neu spielen auch. Sie lesen aber schnell. Ich sag mal so, ich bin Rentner, wenn die Hausarbeit getan ist, kann ich da lesen. Ich war schon als Kind eine Leseratte. Ach, krass. Nein, klar. Das macht dann 14,20 einmal bitte. Also, hier. Angeblieben. Ich hab kurz Angst bekommen. Ich weiß ja auch nicht. Von 6 Euro frei. Ja, vielleicht beim nächsten Mal. Ja, ja. Hätte ich an Ihrer Stelle jetzt auch gesagt. Ja, man muss ja immer Hoffnung haben, ne? Ja, genau. Ah, zu viel Geld macht auch nichts. Danke. Tschüssi. Leute, Leute von heute. Na, danke. Ich hab heute schon einen erreicht für mich am Tag. Wünsche ich Ihnen auch. Tschüssi. Tschüss. Nein, in Bocco. Tatsächlich. Ich will gar nicht so wissen. Hä? Wuppertal. Ich arbeite bei Lotto Toto. Hallo. Lotto Toto Kiosk. Danke schön. Was? Hallo. Hallo. Ich weiß nicht, ob das so reicht. Das wird schon gut gehen. Ja. So, das wär's? Ja. Dann noch einen schönen Tag. Ihnen auch. Dann noch einen schönen Tag. Ihnen auch.